In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burker des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auferstanden. Der Bruch des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf dem Weg. Der Bruch des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf dem Weg. Der Bruch des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf dem Weg. Der Bruch des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf dem Weg. Der Bruch des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf dem Weg. Ich bin ein Wunder. Oh! Oh! Du hast den Wunder. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020